Unser Gesundheitssystem basiert auf Grundlagen, die sind ungefähr 110 Jahre alt. Und zwar ging es bis zu diesem Zeitpunkt darum, die Vielzahl an Infektionskrankheiten in den Griff zu bekommen. Seitdem hat sich unsere Welt aber sehr verändert und die Anzahl der Arztbesuche zeigt, dass es 90% um chronische Krankheiten geht. Und hier hat unsere Schulmedizin noch ein paar Schwächen. Und deswegen ist es wichtig, dass Menschen Selbstverantwortung übernehmen und auch sich Wissen aneignen, wie sie an ihrer eigenen Gesundheit arbeiten können.